Hey ho, hier ist Ronja und wir spielen heute eine neue Minecraft Hide and Seek Map und zwar die Spongebob-Krosse-Krabbe. Ich als bekennender Spongebob-Fan hust, hust, selten gesehen, hust, obwohl neulich habe ich tatsächlich Spongebob gesehen, weil mein Freund krank war und zu Hause die ganze Zeit Spongebob lief, weil er das geschaut hat und deswegen habe ich es mitgekriegt. Wow, naja, wie dem auch sei, ich als bekennender Spongebob-Fan sage, juhu, wir spielen auf dieser Map und ich bin gespannt, ich habe es hier noch nicht gesehen, das heißt, lass uns loslegen. Die Map ist ultra geil, das sieht so fancy aus. Wir haben eine Test-Runde gespielt und, oh, ich bin schon hier schon der Seeker. Also wir sind Heider, ich nehme das Cap-Fry-Kit, okay, wir haben schon vorhin geguckt, was nimmst du? Ich nehme das Patty, ich nehme das Patty. Du nimmst das Patty-Kit. Ich kann, ich habe eine. Ich kann einmal, ich kann hier zurück schlagen, ich kann mit dem Ketchup Leute anzünden oder so ähnlich. Ich bin, ich bin, ich bin. Nein, nicht mich anzünden, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin keine Feuermelonen. Willst du nicht mit Ketchup angezündet werden? Ich bin keine Feuermelonen. Alles klar. Wo ist der Start-Club? Ich bin da, da, wusste ich. Da steht, da, da, Starting in 3. Hier. Start-Club? Okay. Hey, das ist, uh. Oh nein, ich bin blind. Okay, wir sprinten auf die Kasse. Große Krasse, Krasse. Ey, doch, aber ich kann trotzdem mit... Seht ihr mich gerade rumspringen? Nö. Das hätte ich schon bei der Tops und da hätte ich das auch machen können. Ey, warte mal. Wer ein Tops hier rumdödelt, suche ich mir jetzt schon ein gutes Versteck. Damit Tops als erstes gefunden wird und ich gewinne. Okay, ich bin eingesperrt, also springt sich nichts. Mein Gott. Ne, ich arbeite nicht zusammen. Mein Gott, wie weit das geht. Was steht hier? Patties. Oh, johmei, Patty. Gehen machen kann ich hier irgendwas? Nicht Patty, Patties. Bettina, johmei. Drei, zwei, eins. Oh, nein. Der Sieger. Der Sieger heißt Bienerleist. Hallo. Relist. Hallo, ihr packt mir beide am Spawn und dreht eure Köpfe. Oh mein Gott, warte, warte. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe einen Orientierungssinn von einem Stück Toastbrot. Von einem Stück Krabburger. Ja. Von einer Hellfried. Ist hier ein Buster am Boden? Äh, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ach, hallo, hier steht Caution. Oh nein. Das ist voll cool. Okay, ich glaube, ich habe jetzt ein gutes Verstecken. Ich sage, auch der Rückschlagstark ist das stärkste Item, was du haben kannst in diesem Spiel. Weil, das hatten wir ja schon mal. Nein, das hatten wir doch schon mal auf der Pizza Heiden Sieg Map. Ja. Wo man dann die Leute richtig zurückschaut. Oh nein. Oh nein, ich war die Idioten. Oh nein. Hä? Hä? Hast du dich nicht bewegt? Doch, ich bin geimpft. Aber ich war. Oh nein, egal. Jetzt bist du ein besseres Team. Ich bin ein besseres Team, habe ich gehört. Oh nein. Oh nein. Oh lol. Ey, wenn du Sprünger bist, du Lieber gibt es hier übelst, ich habe ein Geheimverstecker. Ja? Okay. Warte, als Mensch, der sucht, kann man ja auch hochspringen. Ja, das weiß ich. Deswegen. Also die Map ist gar niemals. Ähm. Warte, 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 warte. Ich will hier mal was probieren. Okay, oh, warte. Das ist ja... Ey, du darfst du mich nicht aussagen von den Krossenkrams und Tops. Ja, Tops nicht hinten rausgehen und dich einfach verstecken. Ich bin nicht rausgegangen. Wieso erwartet ihr das von mir? Ich mache sowas nicht. Ich bin kein... Ich weiß es nicht, Tops. Oh, was? Ich komme dann da theoretisch hoch? Warte. Äh. Ich muss jetzt das ausprobieren. Oh. Alter, ich habe kein Versteck gefunden. Oh mein Gott. Suchst du aktiv oder bist du mehr so der? So habe ich dich gefunden. Was? Seh ich? So, den Namen ziehst du von Tops irgendwo. Oh, oh, oh. Gute Idee. Du kannst mich nicht sehen, wenn ich sneake. Oh, okay. Er sneakt. Ey, ne, ne, ne. Ich glaube, es packst du... Es packst du gar... Ey, guck mal, Tops. Du stehst hier bei mir und gerade vor mir. Ich schlag dich, aber du kriegst hier ein Damage. Ja. Nice. Dein Ding spackst hier gerade rum, dein Spieler. Nein. Ich sehe auch immer noch eine Tronne hier rumzitternd, wo ich dich gekillt habe. Hä? Ich bin eigentlich... Ich bin hin und her gehüpft und habe versucht aus... Das ist noch von der Öfters in ihrer Wahlzeit. Von der Öfters zittert öfter, des Öfteren. Habe ich gehört. Tops zittert auch bei jeder Arbeit, die in der Schule geschrieben hat. Ich habe neuerlich meine Uni-Arbeit geschrieben. Das war nicht witzig. Bist du irgendwo weit oben, Tops? Ja, ich bin... Alter, ich sehe dich gerade, Flo. Oh mein Gott, hier ist so ein kleines Becken. Warte. Das ist hier... Ich glaube, ich sehe dich locker. Oh mein Gott, wenn ich... Du bist gerade im Hintergrund. Nächste Runde Heider bin. Ja. Ich habe das perfekte Verstecken. Der Haus, Raum meine ich. Wenn ich es wieder finde. Das ist ja... Alter! Insane. Siehst du mich wirklich nicht, Flo? Ey, denkt ihr, das ist der Jumper? Oh no! Das ist der Jumper. Der Jumper ist doch gut. Ey, Tops, ich glaube, ich kann dich wirklich nicht sehen. Du packst bei mir herum. Ich sehe nur deinen Dings hier Spieler irgendwo. Dann kann ich ja Tops theoretisch trotzdem noch finden, oder? Dort, wo ich hinschieße, stehst du bei mir. Jetzt hast du gerade ein Ei in der Hand. Jetzt hast du ein Ei in der Hand. Ja, schön, Tops. Jetzt hast du wieder nichts in der Hand. Jetzt ob ich sehe dich nicht. Du bist bei mir ein anderer Platz. Kannst du mit mir zu? Ich habe dich veräufelt. Das bin ich aber egal. Was? Nein, das kannst du... Oh no! Das hier? Das hier? Das hier. Flo, wo war er? Wo war er? Hä? Er ist dort, wo du bist. Genau dort, wo du bist. Was? Dort, wo ich dich gekillt habe. Oh. Sicher? Ich weiß nicht, wo das war. Ja, ich weiß... Was? Chaos Row left the game. Nee, ich will schon das mal. Oh, erzähl ich doch so richtig. Das Sieg erzbe... Oh, hier ist er, 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 hier ist er... Oh, ich sehn! Nein, 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 nein. Versuch wegzurennen. Nein, 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 nein. Sieg... Warum? Warum ist die Suchtzeit... Die Suchtzeit! Die Suchtzeit! Warum ist die Suchtzeit erhöht? Das ist so ein... Ich war doch eben da... Das war doch eben knapp davor. Das war mein Flo neugescheintes. Reset! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Special Taktik. Oh oh. Eh... Das ist mich für die Ruhe. Ladies and Gentlemen, we got him. Nein, 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 nein. Du musst aufpassen, hier kannst du ausrutschen. Vorsicht, du bist frisch gewischt. Ich sehe, wo du die Flägel... Nein! Hört auf! Hört einfach auf! Hört einfach auf! Tobias, vorsichtig! Nicht renn den Krossen-Krauber! Das ist eine ähnliche Regel wie bei der Bücherei Wo ist er denn? Er ist hier Warte, eben war er noch hier Oh Mann, wo war der? Er war eben noch hier, er ist hier reingegangen Ich dachte schon, wir haben ihn verloren Das wäre jetzt peinlich gewesen Hey Tops, zurück auf Respawn Ja stimmt, sonst haben wir nicht gewonnen Ja Weißt du was, ich kann mit dem Plankton's Potions Plankton Potions, stimmt, Plankton Okay, ja geil, lass mal starten hier Mal schon, wiegen wir das Ganze hier auszuwählen Start in 3, 2, 1 Und auf geht's hier Okay, also hier ist Tops Ich finde die ist auch richtig cool Oh nein, ich bin ein Idiot Rony kann das glaube ich nicht, oder? Ich habe nicht nur drei Potions, ich kann nicht so hoch springen wie du Rony, ich habe mit dir, komm mal mit Komm mal mit hier Ich folge dir Hier ist so ein 8 rum nasser Boden Okay, Alter, hier ist das Schiff von Tadeus Da komme ich aber nicht hoch Okay, komm mal mit hier Ich glaube, wir kommen sogar hinten nach hinten Zu Mr. Krabs, oh ich glaube Tops, kommt gleich hier so ganz schnell hier ab Lass mal weg, ja Wir sind keine Ameisen, wir sind Plankton Nein! Oh nein! Oh nein! Wir sind Plankton, Plankton, Plankton Plankton Nein, da kommt Mr. Krabs ein riesiges Ding, warte mal Rony, komm mal, komm mal, komm mal Richtig große Ding, ich habe gesehen, das ist ein Aufweg Oh, okay, interessant Oh, warte, ich komme hier nicht hoch Oh, warte mal, hast du ein Leaping-Dankst oder so? Ähm, ja Oh, warte, kannst du mir eins droppen? Gib mir, äh, oder hast du irgendwas mit dir, irgendwas für Speed? Ich habe hier noch einen, ich habe eine Speed, ja, warte, das kann ich dir geben Gib mir einen Drop-Midi, bitte, okay? Oh mein Gott, nein! Oh nein, ich dachte einen Drop-Midi nicht, okay, warte Ich kann nicht droppen, das war, äh, das ist alles Lol Oh mein Gott, okay, Rony, guck mal, wo ich bin! Die Länge habe ich jetzt Oh, ich habe meinen Jump-Rust nicht mehr lange Oh nein! Oh, Honja hat den Erfolg freigeschaltet, dass sie das Inventar aufgemacht hat Oh nein! Oh nein, ich habe es nicht geschafft! Oh, 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 Ronja, gar nicht gut Hast du noch Speed? Äh, ich habe nichts mehr rein Ich bin jetzt hier oben Okay, aber ich bin jetzt hier oben Oh, okay Ronja, bleib hier oben, ich glaube, Tops kommt hier nicht drauf, oder? Ich glaube, hier ist es auch Doch, ich glaube, er kann hier den gleichen Weg nehmen wie wir, aber dafür muss er halt wissen wie wir Oh, warte, warte, warte Kriegst du das hin? Sprinten und dann hier, komm, Ronja, ich glaube nicht Oh, ja, oh, oh, okay Ey, wo bist du denn, Tops? Ich bin jetzt in der... Kannst du mit Speed hier rauf, auf das hier Oh nein, ich warte Oh nein Nein, ich dachte, das wäre kürzer Ey, gibt es aber deutlich weniger Geheimgänge als bei den anderen, aber ich wollte auch sagen Ja, aber dafür kannst du halt höher Ganz ruhig Ah, Leute, guck mal Hier ist wo Spongebot jetzt ein Burger macht und so Hopp doch, hier ist alles kaputt und so, komm ich irgendwie... Ich halte Ausschau nach... Ganz ruhig Ganz ruhig Ja, halt mal Ausschau nach dem... Nach frisch... Nach frischter Kundschaft Gut aus dem jungen Kerl Ah, du meinst natürlich, äh, dem... Dem See-Blober-Spuh Ich dachte, wir haben nur den, Tobias, dabei Ah, ja, also... Halt Ausschau nach einem See-Blober-Spuh Alles klar, Cap Oh nein, der kommt Tops Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ja, Ronny, Ronny, lauf weg, lauf weg Oh, Alter, er hat mich getroffen, er hat mich getroffen, okay Ey, Gamma, ich bin schneller als wir Lauf ein Rack Ich bin, ich bin weg Er tobt sich schon ein relativ blinder Fisch, muss ich sagen Äh, ich hab euch gesehen Ronny, komm her, hier, Ronny, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Warte, warte Wo, 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 ich bin nicht sicher... Oh nein Oh nein, das Tops Ah, oh mein Gott, okay Weg, 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 weg Oh mein Gott Stopp den Verhasen Lauf weg, lauf er weg Ja, 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 hier Ronny, bleib Nein, 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 nein Er war das nicht gut, dann weiß er doch wo es ist Er war doch nicht selber schon Oh nein Ganz ruhig Bist du schont? Nein Hallo, Flo Ihr gebt schon einige verstecken Oh mein Gott Ja, lauf er weg hier Ich glaub, er sucht er Speed oder so 90 Sekunden noch Ey, komm Ich sag, wir haben das Gewonnen hier als Stecker Ah, da hinten sehe ich Ronka Ich höre mir erstmal Ronka Oh mein Gott Geh weg von mir Ich hab Panik Herr auf Hör auf Dieter, wo sie ihr machen Ich Hoffnung bei mir haben tests Ketchup Äh Senf Und Ich bin dafür To beratos hält sich die Ohren zu Während wir reden Oh mein Gott Hallo, Rorya Oh ich sehe Ronja Oh-oh Der hat eine Teck Oh nein Spotter, смог Der hat sich ist gar nix Ich bin gar nicht da Weißt du es ist eine Sache Dem psychischen Stress ausgesetzt sein Oh nein Aber es ist sehr witzig Es selber machen zu können Oh mein Gott zu sagen du bist gerade zufrieden mit der gesamte tue ich bin mir nicht so viele geheimen verstecke gefunden ich habe eben ich wüsste auch gern was die was die grüne die grüne soße sein soll bin ich ganz ehrlich das ist ja ja da kann natürlich nichts machen aber du musst aufpassen weil hier ist der boden hast also die ausrutschgefahren und ronja ist bei dir alles korall schön dass du fragst aber ich habe ich habe ein bisschen ein bisschen mein freund war ja krank und dann hat er die ganze zeit auf netflix spongebob geschaut auch hier nein die weg von mir sehr gut ich bin ich habe ich habe ich habe namen ist ja auch ich muss ich sagen ich will schade Oh, wie schade. Mensch, was ein Ärgerin ist. Ich will diesen Knopf drücken. Ich will den Knopf drücken, Flo. Flo, ich hab hier eine andere Mission. Eine wichtige. Ich mach die Lampe an. Denkst du, du kannst es wirklich anders ausmachen? Ich glaub, ich kann nicht. Warte. Ey, 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 ey. Nein! Ey, soll ich einmal ran der Kopf. Oh nein! Sag mal, Tobias, sehen wir nicht deinen Namen? Ey, was steht hier? Nicht wenn ich Sneaker, nicht wenn ich Sneaker. Das ist ein Secret Easter Egg, don't tell anyone. Okay, alles klar, ich sag's keinem. Ähm, warte mal. Was ich hier gerade wichtiges entdeckt hab, ist der Boden ist hier nass. Da muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ernsthaft? Sonja ist grad an mir vorbeigelaufen. Ich bin an mir vorbeigelaufen, hm? Ich bin in der Eingangshalle, Flo. Ey, soll Ronja schon mehr? Können sie draufkommen auf die Kasse und da kommt hier Geld raus? Was? Ja, schau mal. Warte mal, ich hab hier, guck mal, 1 Dollar und 10 Dollar. Oh! Oh, lol! Kannst du was aktivieren? Ich glaub, die Möps sogar, die haben mich als wir dachten. Ich seh schon, eine sehr dynamische. Könnt ihr bitte weggehen? Ey, warte mal, ganz ruhig. Freunde, schau mal die ganzen Löcher hier. Ey, ist bestimmt irgendwo hier drin. Es ist 100 pro einfach. Nein! Ja? Ich will nicht, dass die weg. Geht weg! Tobias? Ey, wo ist er wirklich? Tobias hat sich bestimmt irgendwo reingebracht. Du kannst hier abbauen. Oh mein Gott, Ronja, du kannst hier, dort wo das Wasser ist, reingehen, oder? Ja. Warte mal. Ey, man kann auch in die Fässer, glaub ich, rein. Oh nein. Aber ich muss schon sagen. Ich muss schon wirklich sagen. Nicht in die Fässer gucken. Das ist eine Fehlinformation. Äh, ich werde Tobias nur missinformieren, okay? Ich denke, dies ist ebenfalls. Ich bin ebenfalls dieser Meinung. Warte mal. Tobias, ähm, mach mal dein Feuerwerk. Hä? Ich hab kein Feuerwerk. Spaß! Es wird, glaub ich, wirklich kein Feuerwerk. Schüttel, hier gibt's die gar nicht. Du hast die gleiche Zeit immer. Oh, Leute, haupt sich im Minolen drin im Fass. Ey, Tobias, jetzt mal ohne Spaß. Du schaust uns jetzt doch grad, oder? Ich höre die ganze Zeit ein Feuerwerk. Nein, warst du nicht? Ey, das glaub ich dir nicht. Er lügt doch einfach. Glaub ihm nicht. Glaub ihm kein Wort. Ey, 30 Sekunden. Komm, wo bist du? Oh, warte, wir haben nur noch 30. Ich seh, ich seh, er ist bei der Pfütze. Wirklich? Beim Eingang, direkt beim Eingang. Ja, ich seh noch. Warte, wir kesseln den ein. Er hat keine Chance. Äh, nein, nein, nein. Oh mein Gott, mein Gott. Na, lass dich hier rum. Hey, bist du draußen? Nee, er ist direkt an der, an der Dings. Lass, geh weg, geh weg. Ja! Hol ihn, holen! Oh mein Gott! Oh, warte, warte, warte. Oh ja! Nein, Ronja! Ah! Alter, Ronja! Warte mal! Nein, ich bin in das Loch gefallen! Oh mein Gott! Alter! So, das war's aber auch mit dieser Folge. Minecraft Heiden Sieg, wenn sie euch gefallen hat, dann guckt gerne hier oben. Die letzte Heiden Sieg-Folge, das war, das war auf der Piratenschiff-Map. Ansonsten haben wir auch schon in einer Pizza Heiden Sieg gemacht. Und, äh, lasst einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und, wichtig, drückt die Glocke, denn in letzter Zeit spinnt YouTube rum und zeigt Videos gerne euch an. Das heißt, wenn ihr gerne die Videos sehen möchtet, dann, äh, werden die euch auch angezeigt. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich hab ehrlich gesagt, wenn ihr die Glocke... Drückt die Glocke, okay? Habt ihr mich verstanden? Drückt die Glocke. So. Video war sein. Macht's gut.